die Fluten des Rheins zu retten, doch des Erzbischofs Männer fischten ihn wieder heraus und brachten ihn nach Köln. Erzbischof Anno setzte anschließend auf einer Reichsversammlung den Beschluss durch, dass immer derjenige der Verwalter der Krone sein solle, in dessen Gebiet sich der junge Herrscher gerade aufhielte. Agnes, die Mutter des Thronfolgers, gab auf. Sie ging in ein römisches Kloster. Während in Rom Kardinal Hildebrandt die päpstliche Politik beherrschte, regierte Erzbischof Anno von Köln jetzt das Kaiserreich. Dass das Papsttum nun die Oberhand über das Kaisertum gewann, ist nicht verwunderlich. Im heranwachsenden Heinrich IV. muss die erzwungene kirchliche Bevormundung eine Rebellion ausgelöst haben. Sein Vater Heinrich III. hatte noch die Macht, Päpste einzusetzen oder nach Belieben auch absetzen zu können, er, Heinrich IV., war ein Gefangener der Kirche, ohnmächtig sogar den Bischöfen gegenüber. Im 15. Lebensjahr mündig erklärt, trat König Heinrich IV. im März 1065 die Regierung des Reiches an. So recht und schlecht, wie man das von einem Heranwachsenden seines Alters erwarten konnte. Ohne die Hausmacht eines eigenen Herzogtums war er dem Wohlwollen der geistlichen und weltlichen Landesfürsten ausgeliefert. Und die machten ihm das Regieren ziemlich schwer, mussten sie doch um ihre eigenen Vorrechte fürchten, wenn sie den König stärkten. Während Heinrich noch darum kämpfte, seine Macht zu festigen, wurde im Jahr 1073 in Rom ein neuer Papst gewählt. Es wird niemanden wundern, dass es gerade jener kleine, braune, ungewöhnlich hässliche Mönch mit Namen Hildebrandt war, der als Papst Gregor VII. den Stuhl des Oberhirten bestieg. Die Aussichten Gregors VII. als Weltherrscher in die Geschichte einzugehen, waren nicht schlecht. Das Reichskirchensystem Otto des Großen hatte überall im Reich mächtige Kirchenfürsten entstehen lassen, die von einem noch mächtigeren Kaiser eingesetzt und auch abgesetzt werden konnten. Viele Regierungsämter waren von Kirchenmännern besetzt. Die Rechtsprechung lag meist in den Händen der Bischöfe. Jetzt gab es keine Kaisermacht mehr, nur noch den jungen König Heinrich IV., der verzweifelt um seine Anerkennung kämpfte. Jetzt lag die ganze Macht bei ihm, Papst Gregor VII. Dass sein Anspruch auf die völlige Herrschaft über die gesamte Christenheit, ja, über die ganze Welt außer Frage stand, das sollten wieder einmal die Urkunden und Briefe der allerersten Bischöfe Roms, die sogenannten Pseudo-Isidorischen Dekretalen beweisen, bekanntlich Fälschungen aus der Feder päpstlicher Schreiber des 9. Jahrhunderts. Nach Gregors Grundsatz war der Papst der Stadthalter Gottes. Gott hatte ihm die ganze Welt zu Lehen gegeben. Daraus folgte, dass alle weltlichen Herrscher ihren Besitz nur als Lehen aus den Händen des Papstes empfangen könnten. Jeder Herrscher, der dem nicht entsprechen wollte, wurde mit dem Bann bedroht. In seinen Kanzleigrundsätzen, Dictatus Pape, offenbarte er den neuen Kurs der Kirche. Quod Romana Ecclesia a solo domino sit fundata, das die römische Kirche vom Herrn allein gegründet worden ist. Quod Solus Romanus Pontifex, jure dikator universalis, das allein der römische Bischof mit Recht weltumfassend genannt wird. Quod Ille Solus Posset, deponere episkopus vel reconquiliare, das allein er Bischöfe absetzen und wieder einsetzen kann. Dass er allein die kaiserlichen Herrschaftszeichen verwenden kann. Dass alle Fürsten allein des Papstes Füße küssen. Dass allein sein Name in den Kirchen genannt wird. Dass dieser Name einzigartig ist auf der Welt. Dass es ihm erlaubt ist, Kaiser abzusetzen. Dass sein Urteilsspruch von niemandem widerrufen werden darf und er selbst als einziger die Urteile aller widerrufen kann. Dass er von niemandem gerichtet werden darf. Dass niemand es wage, denjenigen zu verurteilen, der an den apostolischen Stuhl appelliert. Dass die wichtigen Streitfragen jeder Kirche an ihn übertragen werden müssen. Dass die römische Kirche niemals in Irrtum verfallen ist und nach dem Zeugnis der Schrift niemals irren wird. Dass der römische Bischof, falls er kanonisch eingesetzt ist, durch die Verdienste des heiligen Petrus unzweifelhaft heilig wird. Nach dem Zeugnis des heiligen Bischofs Enodius von Pavia, dem viele heilige Väter beistimmen, wie aus den Dekreten des heiligen Papstes Symmachus hervorgeht. Zur Ausführung seiner ehrgeizigen Pläne hielt es Gregor VII. für nötig, die Geistlichkeit von allen Banden zu trennen, durch welche sie mit der bürgerlichen Gesellschaft und mit dem Staate verbunden war. Sie sollte kein anderes Interesse als das der Kirche haben und dieser mit Leib und Seele angehören. Da Familienbande die fesselndsten und einflussreichsten Bande von allen sind, so unternahm er es, um jeden Preis die Ehe bei Geistlichen auszurotten. Dass im Hintergrund noch andere Beweggründe eine Rolle spielten, zeigt ein Konzil aus dem Jahre 1278, also rund 100 Jahre später. Die Priester hatten nämlich den Kampf um ihre Frauen nicht sogleich aufgegeben. Es heißt dort in einer der Verordnungen, Solche Vermächtnisse sollen der Kirche des Testators zufallen. Die gregorianische Reform gilt als herausragende Leistung Gregors VII. und ging in die Kirchengeschichte ein. Doch sie erschöpfte sich nicht in der Forderung nach dem Zölibat der Geistlichen. Eines der Hauptziele war, die Einsetzung von Erzbischöfen, Bischöfen und Äbten durch weltliche Machthaber zu unterbinden. In Westitur wird die Zeremonie genannt, in welcher der Kaiser den künftigen Bischof zum Reichsfürsten erhob und ihn mit Landbesitz belehnte. Der Bischof war jetzt Vasall des Kaisers. Gleichzeitig überreichte ihm der Herrscher einen Ring, zum Zeichen der Vermählung des Bischofs mit dem Reich, und den Hirtenstab, das Symbol des geistlichen Hirtenamtes. Der Geistliche wurde nicht eher in seine Würde eingesetzt, bis diese Zeremonie stattgefunden hatte. Sie war das Band, durch welches die Bischöfe mit dem Landesfürsten zusammenhängen. Dieses Band wollte Gregor lösen, um der weltlichen Macht alle Gewalt über die Kirche und deren Diener zu entziehen. Auf einer Synode im Jahr 1075 erließ er ein Dekret, welches allen Geistlichen bei Strafe des Verlustes ihrer Ämter verbot, die Investitur aus der Hand eines Laien, eines Nichtgeistlichen zu empfangen. Laien, die dem zuwiderhandelten, wurden mit dem Bann bestraft. Die Fürsten waren erstaunt über die neue Anmaßung des Oberhirten und scherten sich nicht um seine Befehle. Gregor wusste jedoch sehr wohl, was er wagen konnte. Er mühte sich nicht mit den kleineren Fürsten ab. Er wollte ihnen seine Macht zeigen, indem er sie gegen den Angesehensten unter ihnen, gegen König Heinrich IV. richtete. Als Heinrich IV. des Papstes neue Ansprüche nicht beachtete und fortfuhr, in Deutschland und Italien nach herkömmlicher Weise Bischöfe zu ernennen, geschah das Unvermeidliche. Zu Neujahr 1076 erhielt der König ein drohendes Schreiben des Papstes mit der Aufforderung, nach Rom zu kommen, um sich vor dem Oberhirten zu verantworten. Heinrich IV. war empört über diese Unverschämtheit und berief eine Synode nach Worms. Hier erhob Kardinal Hugo Candidus, der unter Umgehung der anderen Kardinäle Gregor auf den Papstthron befördert hatte, schwere sittliche Vorwürfe gegen den Oberhirten. 26 deutsche Kirchenfürsten erklärten daraufhin einstimmig Gregor VII. für abgesetzt. Ein königlicher Brief mit der Mitteilung hiervon wurde nach Rom gesandt und dort öffentlich verlesen. Eine Synode lombardischer Bischöfe in Piacenza schloss sich dem Urteil von Worms an. Auch in Rom empörte sich eine Menge Gebannter gegen den Papst und überfiel ihn in der Kirche, als er gerade sein Hochamt hielt. An den Haaren schleppten sie ihn ins Gefängnis. Aber Gregor hatte nicht nur Feinde in Rom. Vor allem Mathilde, die mächtige Markgräfin von Toskana, war ihm sehr eifrig zugetan. Und so kam er schnell wieder frei. Der Oberhirte war kein Mann, der schnell klein beigab. Und so ließ seine Antwort an Heinrich IV. nicht lange auf sich warten. Heiliger Petrus, Erster unter den Aposteln, höre mich, dein Knecht. Kraft deiner Vollmacht, zur Ehre und zum Schutze deiner Kirche, im Namen des Allmächtigen Gottes untersage ich dem König Heinrich, der sich gegen deine Kirche in unerhörter Anmaßung erhoben hat, die Regierung des Deutschen Reiches und Italiens. Entbinde alle Christen des Eides, den sie geleistet haben oder noch leisten werden, und verbiete hierdurch, dass irgendjemand ihm als König diene. Zugleich mit dem Bannspruch überschwemmte ein Heer von Mönchen ganz Deutschland und bearbeitete das Volk. Zuerst schrien die Deutschen fast einstimmig gegen den verwegenen Papst. Doch schnell fielen des Königs Getreue von ihm ab, bis auf einen, Herzog Gottfried von Lothringen. Doch den räumten Mörder aus dem Wege. Die deutschen Fürsten versammelten sich zu Tribur und erklärten hier dem König, dass sein Reich zu Ende sei, wenn er sich nicht innerhalb eines Jahres vom Banne befreie. Als Heinrich IV. Verhandlungen mit dem Papst aufnehmen wollte, um das Unheil abzuwenden, luden die Fürsten zum Reichstag nach Augsburg. Auch der Papst war eingeladen und machte sich auf den Weg. Heinrichs Gegner waren dabei, eine Allianz zu bilden. Niemand stand mehr auf des Königs Seite. Niedergedrückt von dem finsteren Geist seiner Zeit, von aller Welt verlassen, nur noch wenige Soldaten waren bei ihm, entschloss sich der deutsche König, im Büscherhemd nach Rom zu gehen und den so furchtbar gewordenen Gegner zu versöhnen. In bitterer Kälte, es gab einen strengen Winter in jenem Jahr, eilte er mit Frau und Sohn durch Burgund und über den Mont-Signy nach Oberitalien. Die Italiener strömten ihm zu und verlangten, er solle an der Spitze eines Heeres den rebellischen Großpfaffen zur Rede stellen. Aber der Mut des Herrschers war gebrochen. Er wollte demütig von Gregor Gnade erflehen. Dieser ließ sich nichts weniger träumen als das. Er war auf seiner Reise nach Augsburg bereits in die Lombardei gekommen. Als er die Ankunft des Kaisers vernahm, floh er eiligst nach dem festen Schloss Canossa, welches seiner Buhlerin, der reichen Markgräfin Mathilde von Toskana, gehörte. Hier erschien am 25. Januar 1077 der deutsche König. In einem leinenden Büßerhemde, bloßen Hauptes und Barfuß. So stand er in dem Raum vor der inneren Ringmauer des Schlosses, drei Tage und drei Nächte lang, mitten im Schnee, zitternd vor Frost und matt vor Hunger und Durst. Aus den Fenstern des Schlosses schaute Gregor an der Seite seiner Buhlerin auf seinen gedemütigten Feind herab und hätte ihn gern so sterben sehen. Des Papstes unmenschlicher Härte brachte alle Hausgenossen zum Murren und endlich gab er den Bitten der Markgräfin nach, die zwar Heinrichs Feindin, aber barmherziger war und führte den Kaiser an den Altar. Hier durchbrach Gregor eine Hostie. »Bin ich der Verbrechen schuldig, deren du mich in Worms bezichtigt hast? So mag Gott, der Herr, mich durch einen plötzlichen Tod strafen.« sprach der Papst und nahm die Hälfte der Hostie. Gregor war nicht abergläubisch und nicht nervenschwach. Er blieb am Leben. Der Bann wurde nun von Heinrich genommen, aber die Bedingung war hart. »Wirst du dich auf dem zusammengerufenen Reichstag rechtfertigen und die Krone wiedererhalten? So sollst du mir gehorsam und untertänig sein.« Heinrich IV. kehrte nach Deutschland zurück. Doch die deutschen Fürsten waren mit ihrem König nun doch nicht mehr zufrieden und wählten einen anderen, Rudolf von Schwaben. Jetzt brachte Bürgerkrieg aus. Gregor VII. verhielt sich ruhig, solange nichts Entscheidendes geschah. Als aber Heinrich in einer Schlacht geschlagen wurde, sandte er dem Gegenkönig eine Krone zu, mit der stolzen Inschrift »Der Fels gab Petrus, Petrus gab Rudolf die Krone.« Über Heinrich verhängte er aufs Neue den Kirchenbann. Doch diesmal verfehlte der Bannflug seine Wirkung. Der politische Zweck war zu vordergründig, und so konnte Heinrich genug Getreue um sich scharen. Vor allem die Bürger der schnell wachsenden Städte waren auf des Königs Seite, da sie oft von der Tyrannei ihrer Bischöfe genug hatten. Auf drei Synoden ließ er Gregor VII. absetzen und den Erzbischof von Ravenna zum Oberhirten wählen. Als Clemens III. bestieg der den päpstlichen Stuhl. Drohend prophezeite der abgesetzte Gregor, »Dass noch in demselben Jahre vor dem Petersfeste ein falscher König sterben werde.« Damit seine Prophezeiung an Heinrich auch in Erfüllung gehe, sandte er einige Meuchelmörder aus. Aber Gregors Absicht wurde zum Segen für Heinrich. Am 15. Juni 1080 besiegte er Rudolf. Rudolf wurde im Kampf die rechte Hand abgeschlagen, die Hand, mit der er Heinrich IV. die Treue geschworen hatte. Er starb noch auf dem Schlachtfeld an dieser Verletzung. Das galt als Zeichen des Himmels, als Erfüllung der Gregorschen Prophezeiung, nur nicht ganz im Sinne des Propheten. Nun rückte Heinrich gegen Rom, vernichtete das Heer der päpstlichen Gespielin Mathilde, eroberte die Stadt und belagerte den rasenden Gregor VII. in der Engelsburg. Die von diesem zu Hilfe gerufenen Normmannen, welche damals in Unteritalien herrschten, rückten mit dreißigtausend Mann an. Aber anstatt Gregor zu befreien, eroberten sie die Stadt und legten Rom in Schutt und Asche. Jetzt musste Gregor vor der Wut der Römer fliehen. Er ging nach Salerno zu den Normannen, wo er kurz darauf starb. Erst Sohn eines Schmieds, dann der eifernde Mönch Hildebrandt, spätere Schreiber gaben ihm den Namen Höllenbrandt, endlich dann Papst Gregor VII. Das Reich Gottes auf Erden wollte er erzwingen und starb zuletzt wie ein gestürzter Tyrann. Für Heinrich IV. muss Gregors Tod eine große Erleichterung gewesen sein. Das Reichskirchensystem Otto des Großen war noch einmal gerettet und mit Clemens III. saß jetzt wieder ein Papst auf dem Petrusstuhl, der nicht dagegen ankämpfte. Heinrich IV. hatte ihn zum Papst erhoben und im Gegenzug salbte Clemens III. Heinrich IV. zum Kaiser. So einfach war die Welt plötzlich wieder. Doch der Waffenstillstand zwischen Kaisertum und Papsttum wird nicht lange wehren. Bereits im Jahre 1122 wird die römische Kirche den Sieg in der Auseinandersetzung um die Investitur davon tragen, im Wormser Konkordat gegen den Sohn Heinrichs IV. Aus der Urkunde Heinrichs V. Im Namen der heiligen und unteilbaren Dreieinigkeit. Ich, Heinrich von Gottes Gnaden erlauchter Kaiser der Römer, überlasse aus Liebe zu Gott und zur heiligen römischen Kirche und zu dem Herrn Papste Kalixtus und um meines Seelenheils willen Gott und seinen heiligen Aposteln Petrus und Paulus und der heiligen katholischen Kirche jede Investitur mit Ring und Stab und gestatte, dass in allen Kirchen meines Königreiches und Kaiserreiches die Wahl auf kanonische Weise stattfinde und die Weihe frei sei. Die Besitzungen und Regalien des heiligen Petrus, die vom Beginn dieses Streites bis auf den heutigen Tag, sei es zu meines Vaters oder auch zu meiner Zeit genommen wurden, stelle ich, soweit ich sie habe, derselben heiligen römischen Kirche wieder zu. Die ich aber nicht besitze, werde ich getreulich zurückerstatten lassen. Auch gebe ich wahren Frieden dem Herrn Papst Kalixtus und der heiligen römischen Kirche und allen, die auf seiner Seite stehen oder gestanden haben. Und worin die heilige römische Kirche Hilfe verlangen wird, werde ich getreulich helfen und worüber sie Klage vor mich bringt, ihr Recht verschaffen, wie es sich gebührt. Und so wird der Streit um das Recht, Bischöfe einsetzen zu dürfen, mit der Niederlage des Kaisers im Wormser Konkordat enden. Das Streben des Papsttums nach absoluter Macht war durch das Vorbild Gregors VII. zum Wahn der römischen Kirche geworden. Im Jahre 1095 berief Papst Urban II. eine Synode nach Clermont-Ferrand, um das Überhandnehmen von Unglauben und Sittenlosigkeit zu bekämpfen und der sinkenden Kirche wieder aufzuhelfen, um Zucht und Sitten wieder aufzubauen und den Frieden, der aus der Welt entschwunden ist, wiederherzustellen. Der Papst sprach unter freiem Himmel, da kein Gebäude die 14 Erzbischöfe, 225 Bischöfe, 400 Äbte und die Unmasse der niederen Geistlichen und der Laien, die anwesend waren, aufzunehmen vermochte. Das gottlose Volk der Sarazenen drückt die heiligen Orte, die von den Füßen des Herrn betreten worden sind, schon seit langer Zeit mit seiner Tyrannei und hält die Gläubigen in Knechtschaft und Unterwerfung. Die Hunde sind ins Heiligtum gekommen und das Allerheiligste ist entweiht. Das Volk, das den wahren Gott verehrt, ist erniedrigt. Das auserwählte Volk muss unwürdige Bedrückung erleiden. Das königliche Priestertum muss als Sklave Ziegel brennen. Die Fürstin der Länder, die Stadt Gottes muss Tribut zahlen. Will einem nicht die Seele darüber zergehen? Will einem nicht darüber das Herz zerfließen? Liebe Brüder, wer kann das mit trockenen Augen anhören? Der Tempel des Herrn, aus dem er in seinem Eifer die Käufer und Verkäufer hinausgetrieben hat, damit das Haus seines Vaters nicht eine Mördergrube werde, ist nun Sitz des Teufels geworden. Die Stadt des Königs aller Könige, die den anderen die Gesetze des unverfälschten Glaubens gegeben hat, muss heidnischem Aberglauben dienstbar sein. Die Kirche zur heiligen Auferstehung, die Ruhestätte des Herrn, steht unter der Herrschaft derer, die an der Auferstehung keinen Teil haben, sondern als Stoppeln zur Erhaltung des ewigen höllischen Feuers werden dienen müssen. Die ehrwürdigen Orte sind in Schafkrippen und Viehställe verwandelt, dem preiswürdigen Volke werden die Söhne entrissen und gezwungen, heidnischer Unreinheit dienstbar zu werden und den Namen des lebendigen Gottes zu verleugnen und mit lasterhaftem Munde zu schmähen. Und wenn sie sich den gottlosen Befehlen widersetzen, so werden sie wie das Vieh hingeschlachtet, Genossen der heiligen Märtyrer. Den Tempelschändern gilt jeder Ort, jede Person gleich viel, sie morden die Priester im Heiligtum. Wehe uns, die wir in den Jammer der gefahrvollen Zeit versunken sind, von der der fromme König David sie im Geiste voraussehend klagend gesprochen hat. Gott, es sind Heiden in dein Erbe gefallen, die haben deinen heiligen Tempel verunreinigt. Herr, wie lange wirst du zürnen? Bewaffnet euch mit dem Eifer Gottes, liebe Brüder. Gürtet eure Schwerter an eure Seiten, rüstet euch und seid Söhne des Gewaltigen. Besser ist es, im Kampfe zu sterben, als unser Volk und die Heiligen leiden zu sehen. Wer einen Eifer hat für das Gesetz Gottes, der schließe sich uns an. Wir wollen unseren Brüdern helfen. Zieht aus, und der Herr wird mit euch sein. Wendet die Waffen, mit denen ihr in sträflicher Weise Bruderblut vergießt, gegen die Feinde des christlichen Namens und Glaubens. Die Diebe, Räuber, Brandstifter und Mörder werden das Reich Gottes nicht besitzen. Erkauft euch mit wohlgefälligem Gehorsam die Gnade Gottes, dass er euch eure Sünden, mit denen ihr seinen Zorn erweckt habt, um solch frommer Werke und der Vereinigten Fürbitten der heiligen Willen schnell vergebe. Wir aber erlassen durch die Barmherzigkeit Gottes und gestützt auf die heiligen Apostel Petrus und Paulus allen gläubigen Christen, die gegen die Heiden die Waffen nehmen und sich der Last dieses Pilgerzuges unterziehen. Alle Strafen, welche die Kirche für ihre Sünden über sie verhängt hat. Und wenn einer dort in wahrer Buße fällt, so darf er fest glauben, dass ihm die Vergebung seiner Sünden und die Frucht ewigen Lebens zuteil werden wird. Unterdessen aber betrachten wir diejenigen, welche im Glaubenseifer jenen Kampf auf sich nehmen wollen, als Kinder des wahren Gehorsams und stellen sie unter den Schutz der Kirche und der heiligen Apostel Petrus und Paulus. Sie sollen vor jeder Beunruhigung ihres Eigentums oder ihrer Personen gesichert sein. Es zeigte sich, dass das Werk von Gott gesegnet war. Denn alt und jung folgten mit der größten Freude diesem Aufgebot, so Schwieriges es auch verlangte. Und nicht nur die persönlich Anwesenden hatten sich an dem Feuer der Worte des heiligen Vaters begeistert. Die Predigt ging in alle Welt hinaus und entzündete auch die, welche sie nicht aus seinem Munde gehört hatten, zugleichen Entschlüssen. Da trennte sich der Mann von dem Weibe und das Weib von dem Manne. Der Vater vom Sohne, der Sohn vom Vater. Es war kein Band der Liebe, das diesem Eifer hätte Nachteil bringen können, so dass viele Mönche aus ihrem Kloster kamen. Und viele, die sich freiwillig um des Herrn Willen eingeschlossen hatten, kamen aus ihrer Klausur. Doch hatte nicht bei allen die Liebe zu Gott ihren Entschluss veranlasst. Und nicht alle trieb die weise Überlegung dazu. Viele schlossen sich bloß an, um ihre Freunde nicht zu verlassen oder um nicht für Träge zu gelten oder aus Leichtsinn oder um ihrer Gläubiger, denen sie schwer verschuldet waren, spotten zu können. Verschieden waren also die Beweggründe. Alles eilte herbei. Niemand dachte im Abendland an Alter oder Geschlecht, Rang oder Stand. Niemand hielt sich an Abreden. Alles gab ohne Unterschied sein Wort und gelobte einmütig mit Herz und Mund den Pilgerzug. Wo ein Fürst die Reise gelobt hatte, strömte das Volk haufenweise zusammen, um sich seinem Gefolge anzuschließen. Es hatten aber alle miteinander verabredet und auch der Herr Papst hatte es ihnen geboten, dass die, die den Zug mitzumachen gelobten, das segensreiche Zeichen des lebendig machenden Kreuzes auf ihren Kleidern trügen, zur Erinnerung an das Leiden, dessen Städte sie besuchen wollten. Am 7. Juni 1099 langten die Kreuzfahrer nach einem qualvollen Zug endlich vor Jerusalem an. Drei Jahre vorher hatten sie sich auf den Weg gemacht. Und wir, vor Freude frohlockend, kamen bis zur Stadt Jerusalem am Dienstag, acht Tage vor den Iden des Juni, und wir belagerten sie bewunderungswürdig. Das Heer litt jedoch schrecklich unter dem Durst. Die Umgebung von Jerusalem ist dürr und wasserarm, und man findet nur in ziemlich großer Entfernung ein paar Bäche, Quellen oder Brunnen. Selbst diese Quellen waren kurz vor der Ankunft unserer Truppen von den Feinden zugeschüttet worden, damit sie weniger lange ausreichten bei der Belagerung der Festung. Sie hatten Erde hineingeworfen oder sie durch verschiedene andere Mittel verstopft. Sie hatten auch die Zisternen geöffnet und die anderen Behälter von Regenwasser, oder hatten sie auch boshaft verborgen, damit die von Durst gequälten armen Unglücklichen nicht kommen konnten, dort Linderung zu suchen. Während dieser Belagerung erlitten wir die Qual des Durstes in solchem Maße, dass wir Rinder und Büffelhäute zusammennähten, in denen wir Wasser sechs Meilen weit herbeiholten. Das Wasser, das uns derartige Behälter lieferten, war stinkend. Und ebenso wie dieses faulige Wasser war das Gerstenbrot für uns ein täglicher Anlass zu Unbehagen und Betrübnis. Die Sarazenen stellten den Unsrigen heimlich Fallen, indem sie die Brunnen und Quellen verpesteten. Sie töteten alle, die sie fanden, und versteckten deren Tiere in Höhlen und Grotten. Unsere edlen Herren sannen nun auf Mittel, die Stadt mit Hilfe von Maschinen anzugreifen, um in sie eindringen und das Grab unseres Erlösers verehren zu können. Man baute zwei hölzerne Burgen und nicht wenig andere Maschinen, Katapulte für Steine, Ramböcke und Speerwurfmaschinen. Der Herzog Gottfried stellte einen mit Maschinen bewährten Turm her und Graf Raimund tat desgleichen. Aus fernen Gegenden ließen sie Holz herbeischaffen. Als die Sarazenen die Unsrigen diese Maschinen bauen sahen, befestigten sie die Stadt bewundernswert und verstärkten die Wehren der Türme. Am Mittwoch und Donnerstag griffen wir die Stadt von allen Seiten stark an. Aber bevor wir sie im Sturm nahmen, ließen die Bischöfe und Priester durch ihre Predigten und Ermahnungen den Beschluss fassen, dass man zu Ehren Gottes einen Bittgang um die Welle von Jerusalem machen wolle und dass er begleitet würde von Gebeten, Almosen und Fasten. Am Freitag ganz früh unternahmen wir einen allgemeinen Sturm auf die Stadt, ohne ihr schaden zu können. Wir waren bestürzt und in großer Furcht. Als dann die Stunde kam, in der unser Herr Jesus Christus es zuließ, dass er für uns den Kreuzestod erlitt, schlugen sich hitzig unsere auf dem Turm aufgestellten Ritter, unter anderem Herzog Gottfried und Graf Eustachius, sein Bruder. In diesem Augenblick erkletterte einer unserer Ritter mit Namen Liettaut die Stadtmauer. Bald nachdem er hinaufgestiegen war, flohen alle Verteidiger von den Mauern durch die Stadt und die Unsrigen folgten ihnen und trieben sie vor sich her, sie tötend und niedersäbelnd bis zum Tempel Salomons, wo es ein solches Blutbad gab, dass die Unsrigen bis zu den Knöcheln im Blut warteten. Der ganze Tempel war von ihrem Blut überrieselt. Nachdem die Unsrigen die Heiden zu Boden geschlagen hatten, ergriffen sie im Tempel eine große Zahl Männer und Frauen und töteten oder ließen leben, wie es ihnen gut schien. Bald durcheilten die Kreuzfahrer die ganze Stadt und rafften Gold, Silber, Pferde und Maulesel an sich. Sie plünderten die Häuser, die mit Reichtümern überfüllt waren. Dann, glücklich und vor Freude weinend, gingen die Unsrigen hin, um das Grab unseres Erlösers zu verehren und entledigten sich ihm gegenüber ihrer Dankesschuld. Am folgenden Tag erkletterten die Unsrigen das Dach des Tempels, griffen die Sarazenen, Männer und Frauen an, zogen das Schwert und schlugen ihnen die Köpfe ab. Einige stürzten sich von der Höhe des Tempels hinab. Bei diesem Anblick wurde Tankred von Entrüstung erfüllt. Die Unsrigen beschlossen im Rat, jeder solle Almosen spenden und beten, damit Gott denjenigen wähle, von dem er wünschte, dass er über die anderen herrsche und die Stadt verweilte. Man befahl auch, alle Toten Sarazenen aus der Stadt zu werfen, wegen des unsäglichen Gestanks, denn die ganze Stadt war völlig mit ihren Leichnamen angefüllt. Die lebenden Sarazenen schleppten die Toten aus der Stadt und machten daraus Häuser hohe Haufen. Niemand hat jemals von einem ähnlichen Blutbad unter dem heidnischen Volk gehört oder es gesehen. Scheiterhaufen gab es wie Ecksteine. Und niemand außer Gott kennt ihre Zahl. Man konnte nicht ohne Entsetzen diese Menge von Toten sehen. Und der Anblick der Sieger, die von Kopf bis Fuß mit Blut bedeckt waren, war nicht minder entsetzlich. So wurde am Freitag, den 15. Juli 1099, es gab keinen Grund für diesen ersten Kreuzzug der Christenheit im Jahre 1099 für dieses Massaker an den Mohamedanern. Außer dem Wahn eines allumfassenden Gottesstaates auf Erden unter der Führung des Papstes. Rund 70.000 Männer, Frauen und Kinder waren in Jerusalem von den christlichen Horden niedergemetzelt worden. Für die römische Kirche war der Kreuzzug ein voller Erfolg. Der Papst hatte sich als Herrscher der ganzen Christenheit gezeigt, als Stadthalter Gottes auf Erden. Sein Schwert hatte die Sarazenen bezwungen und Palästina dem Reich Gottes auf Erden einverleibt. Und vielleicht konnte man ja die christliche Herrschaft über den gesamten Orient ausdehnen. Sobald das Heilige Grab aufgefunden war, strömten jetzt die frommen Christen dorthin. Wallfahrten nach dem Heiligen Land kamen in Mode. Alle Orte, die durch die Bibel eine besondere Bedeutung erlangt hatten, wurden zum Ziel der Pilger. Sogar der Misthaufen, auf welchem Hiob gesessen hatte. Als mit der Wallfahrt auch der Ablass verbunden wurde, überspülte eine wahre Pilger Flut das Heilige Land. Der Ablass ist ein Kind des Fegefeuers unter Ohrenbeichte. In der ersten Zeit der christlichen Kirche mussten diejenigen, welche wegen grober Vergehen aus der Gemeinde ausgestoßen waren und wieder aufgenommen werden wollten, alle ihre Sünden und Verbrechen öffentlich vor der Gemeinde bekennen. Als die Priester mächtig wurden, verwandelten sie dieses öffentliche Bekenntnis gar bald in ein Geheimes, um ihre Macht zu erhöhen. Nach Anordnung des Papstes sollte ein jeder jährlich wenigstens einmal einem Priester seine Sünden insgeheim bekennen und die ihm auferlegte Buße tragen. Wer die Beichte unterließ, wurde von der Kirche ausgeschlossen und erhielt kein christliches Begräbnis. Durch diese Einrichtung erlangten die Priester eine große Macht über die Gläubigen, denn sie erfuhren von ihnen die geheimsten Dinge. Es lag jetzt ganz in der Hand des Geistlichen, den Beichtenden von seiner Schuld zu erlösen, und diese Macht wussten die Priester zu nutzen, indem sie den Sünder freisprachen, absolvierten, je nachdem, wie viel er zahlte. Man konnte also die Zeit, die man nach dem Tode im Fegefeuer verbringen musste, durch den Kauf eines Ablasses verkürzen. Wer zu diesem oder jenem Gnadenort Wallfahrte und das bestimmte Geld auf dem Altar opferte, der erhielt Ablass nicht allein für schon begangene Sünden, sondern sogar für einige Jahre im Voraus. Das war natürlich äußerst verlockend, denn man wurde nicht nur seine Sünden los, sondern konnte die Wallfahrt auch noch mit einem kleinen Nebengeschäft verbinden. Reliquien erfreuten sich größter Beliebtheit. Eine Reliquie aus dem Heiligen Land, die war nicht mit Gold und Edelsteinen aufzuwiegen. Ein kleines Hindernis gab es dabei allerdings. Die Reliquie musste auf Anordnung des Papstes in Rom geprüft werden und wurde nur für echt befunden, wenn der Besitzer die Echtheit zu beweisen wusste, durch klingende Münze. Eine gute Reliquie war ein Schatz für ein Kloster und jeder christliche Altar musste seine Reliquie haben und je heiliger diese war, desto größer war wiederum der Nutzen, den man daraus ziehen konnte, denn anzusehen waren diese Reliquien nicht umsonst. So wurden aus dem Heiligen Lande Heiligtümer aller Art mitgebracht. Die ganze Garderobe Jesu, der Jungfrau Maria, des Heiligen Josef und viele andere Heiligen kam zum Vorschein. Man fand die heilige Lanze, mit der der römische Ritter Longinus Jesus in die Seite gestochen hatte, das Schweißtuch, mit dem die heilige Veronika Jesus den Schweiß abgetrocknet hatte, als er nach Golgatha ging. Sogar ein Abdruck seines Gesichts war auf dem Tuch zu sehen. Von diesem Tuch gab es so viele Stücke, dass sie zusammen wohl dreißig Meter lang sein mochten. Die Weinkrüge von der Hochzeit von Kanaa entdeckte man auch und in ihnen war noch Wein enthalten, der nie weniger wurde. Ursprünglich waren es nur sechs, aber sie vermehrten sich, und man zeigte sie zu Köln und zu Magdeburg. Splitter vom Kreuz gab es so viele, dass man aus dem dazu verwendeten Holz hätte ein Kriegsschiff bauen können, und Nägel vom Kreuz wogen viele Zentner. Dornen aus der Dornenkrone fanden sich, einige bluteten an jedem Karfreitag. Der Kelch, aus dem Jesus getrunken hatte, als er das Abendmahl einsetzte, fand sich auch, nebst Brot, welches von dieser Mahlzeit übrig geblieben war. Ferner die Würfel, mit denen die Soldaten um Jesu Rock spielten. Solcher ungenähter Röcke zeigte man eine ganze Menge, unter anderem zu Trier, Argentöy, Santiago, Rom und Friaul und so weiter. Die größte Wahrscheinlichkeit der Echtheit hat ein zu Moskau Aufbewahrter, der durch den Soldaten, der ihn gewann, einen Georgier mit nach Hause gebracht worden sein soll. In Trier wurde noch im Jahre 1845 ein altes Kleidungsstück ausgestellt, das den Anspruch erhob, ein Rock Jesu zu sein. Die ganze gebildete Welt empörte sich und es gab eine Menge Untersuchungen über diese heiligen Röcke. Sie besaßen nämlich alle eine wohlbezahlte päpstliche Bulle, die ihre Echtheit bezeugte. Man fand Hemden der Maria, die so groß sind, dass sie einem dicken Mann als Umhang hätten dienen. können. Einen sehr kostbaren Trauring der Maria, der zu Perusa gezeigt wurde, sehr niedliche Pantöffelchen und ein paar ungeheuer große Roter, welche sie trug, als sie der heiligen Elisabeth ihren Besuch machte. Ja, man fand Haare der heiligen Jungfrau von allen möglichen Farben, nebst ihren Kämmen. Blut Jesu fand sich bald tropfenweise bald in Flaschen gefüllt. Etwas davon, so erzählt die Legende, hatte Nicodemus, als er Jesus vom Kreuze nahm, gesammelt und damit viele Wunder vollbracht. Windeln Jesu fanden sich in großer Menge, auch die Hosen des heiligen Josef entdeckte man nebst seinem Zimmermanns Handwerkszeug, einer der dreißig Silberlinge fand sich und der ungeheuer dicke vier Meter lange Strick, an welchem sich der Verräter Judas erhängte. Sein sehr kleiner, leerer Geldbeutel tauchte ebenfalls auf, nebst der Laterne, mit welcher er leuchtete, als er Jesus verriet. Sogar die Stange kam zum Vorschein, auf welcher der Hahn saß, als er petrige Wissen wach krähte, nebst einigen Federn dieses Vogels. Ferner der Stein, mit welchem der Teufel Jesus in der Wüste versuchte, das Waschbecken, in welchem sich Pilatus die Hände wusch, die Knochen des Esels der Jesus am Palmsonntag getragen, wie auch einige der an diesem Tage gebrauchten Palmzweige. Ferner fand man die Steine, mit denen Sankt Stephanus gesteinigt wurde, herrliche Achate und eine Unmasse von Knochen der zu Bethlehem umgebrachten Kinder. Sogar aus dem Alten Testament fanden sich Reliquien, manche hatten demnach wohlbehalten Jahrtausende auf die fromme Entdeckung gewartet. Man fand den Stab, mit welchem Moses das Rote Meer zerteilte, Manna aus der Wüste, Noas Barth, ein Stückchen von dem Felsen, aus welchem Moses Wasser schlug. Nein, diese Aufzählung ist kein Scherz. Es schien völlig natürlich, die wundertätige Kraft, die von einem Heiligen ausging, auch auf alle Gegenstände zu übertragen, mit denen er je in Berührung gekommen war. Das ganze Mittelalter ist geprägt von dem tiefen Glauben an diese Kräfte, und man könnte fast sagen, dass der Reliquienkult die eigentliche Religion des Mittelalters war. Der Glaube des Volkes daran war so stark, dass die Geistlichkeit es wagen konnte, Dinge als Reliquien zu zeigen, die unsinnig oder unmöglich waren. Noch im 15. Jahrhundert berichtet der päpstliche Geheimschreiber Poggio Bracciolini die Geschichte von den Heiligen Hosen. Ein Mönch hatte sich in eine hübsche Frau verliebt und versuchte es auf alle Weise sie zu verführen. Es gelang ihm auch. Sie stellte sich sehr krank und verlangte nun den Mönch als Beichtvater. Dieser kam, blieb mit ihr der Sitte gemäß allein, um ihr die Beichte abzunehmen und wurde erhört. Am anderen Tag kam er wieder und legte, um es sich bequemer zu machen, seine Hosen auf das Bett der Frau. Dem Manne schien die Beichte etwas lange zu dauern. Er wurde neugierig und tat unvermutet in das Zimmer. Der Mönch absolvierte so schnell als möglich und floh, aber vergaß seine Hosen mitzunehmen. Diese fielen nun dem raches schnaubenden Ehemann in die Hände. Er stürzte damit auf die Gasse und zeigte diese verräterischen Beinkleider seinen Nachbarn, entflammte sie zur Wut und brach mit ihnen ins Kloster ein. Der Mönch sollte sterben. Ein alter, besonnener Pater versuchte vergebens den Hitzkopf zu beruhigen, der übrigens jetzt die Sache gern vertuscht hätte, wenn es angegangen wäre. Das merkte der alte Pater und sagte ihm, er brauche wegen dieser Hosen nichts Übles zu denken, denn diese wären die Beinkleider des Heiligen Franziskus, welche Krankheiten wie die, woran seine Frau litte, gründlich heilten. Zu seiner Beruhigung wolle er die Hosen feierlich abholen. Alsbald zogen Mönche mit Kreuz und Fahne nach dem Hause des ehrlichen Dummkopfes, legten die heilige Reliquie auf ein seidenes Kissen, stellten sie zur Verehrung aus und reichten die heiligen Hosen des liederlichen Mönchs den Gläubigen zum Kusse herum. Dann trug man sie in feierlichem Bittgang nach dem Kloster zurück und legte sie hier zu den übrigen heiligen Reliquien. Diese Erzählung ist kein Scherz. Sie findet sich in einem ganz ernsten Werk, in dem Poccio Bracciolini mit großer Entrüstung von der Verderbtheit der Geistlichen berichtet. Doch die Kreuzzüge hatten nicht nur großen Einfluss auf den Reliquienhandel. Ihre Wirkung auf das gesamte Abendland kann kaum überschätzt werden. Siebenmal überfielen die christlichen Heere das Heilige Land, bis endlich am 18. Mai 1291 die letzte Bastion der Christenheit Akka wieder aufgegeben werden musste. In dieser Zeit kam der Orienthandel so richtig in Schwung und die Handelsstädte wuchsen, wurden reich und mächtig. Die Stadt Pisa hatte unter dem Oberbefehl ihres Erzbischofs mit 120 Schiffen an der Belagerung Jerusalems teilgenommen. Eine Kolonie in Jaffa sprang dabei heraus. Genua war ebenfalls am ersten Kreuzzug beteiligt. Niederlassungen in Antiochien erhielten die Genueser dafür. Das versprach gute Geschäfte. Venedig drohte leer auszugehen. Es hatte den ersten Kreuzzug nicht mitgemacht, aber jetzt, ein Jahr nach der Eroberung Jerusalems, ging die venezianische Handelsflotte gleich mit 200 Schiffen in Jaffa vor Anker. Die Händler witterten die unermesslichen Reichtümer des Orients. Und damit begann die Blütezeit der großen Handelsstädte. Eine andere Auswirkung der Kreuzzüge konnten weder Päpste noch Kaiser erahnen, und doch sollte sie im Laufe der nächsten Jahrhunderte das mittelalterliche Weltbild sprengen. Das war der direkte Kontakt mit der hochstehenden arabischen Kultur. Auch wenn in früheren Zeiten schon Berührungspunkte vorhanden waren, vor allem durch die arabischen Besitzungen in Spanien und Süditalien, von jetzt an bricht sich neues Wissen Bahn, vor allem im Bereich der Wissenschaften, der Medizin und Mathematik. Diesen Kampf wird die römische Kirche nicht gewinnen. Selbst wenn sie mit dem Schwert der Inquisition, mit Folter und mit dem Feuer der Scheiterhaufen dagegen ankämpfen wird. Nach dem ersten barbarischen Kreuzzug im Juli 1099 gaben sich die christlichen Heerscharen im Heiligen Land einer überaus verwerflichen Lebensweise hin. Einer der Kreuzfahrer war Hugo de Pellon, ein Edelmann aus der Champagne. Der damals gerade 19-Jährige kehrte entsetzt nach Frankreich zurück. Mit seinem Onkel Hugo de Champagne reiste er 1104 erneut nach Jerusalem. Fünf Jahre lang suchten die beiden dort nach uralten Schriften. Wieder in Frankreich übergaben sie die gefundenen Dokumente zur Auswertung und Deutung dem Zisterzienserorden. Es war offensichtlich bedeutungsvoll, was sie da gefunden hatten, denn im Jahre 1114 bereisten sie erneut das Heilige Land, um weitere geheimnisvolle Schriften mit nach Hause zu bringen. Die Zisterzienser-Mönche waren wohl sehr hilfreich mit ihrer Übersetzungs- und Deutungsarbeit, denn Hugo de Champagne schenkte dem Orden ein großes Stück Land und gab die Gründung der Abtei von Clairvaux in Auftrag. Ein junger, eifriger Mönch sollte sie leiten, Bernhard de Fontaine. Er wird sich einen Namen machen als Bernhard von Clairvaux oder Heiliger Bernhard und er wird die Seele des zweiten Kreuzzuges ins Heilige Land werden. Vier Jahre später gründete jener Kreuzfahrer der ersten Stunde Hugo de Payan zusammen mit sieben weiteren Männern, darunter zwei Mönchen der Zisterzienser, den Orden der Tempelritter. Bernhard von Clairvaux hatte an der Abfassung ihrer Ordensregel mitgewirkt und pries alsbald die Ziele des Ordens. Frei vom Streben nach Reichtum und in völliger Hingabe an Gott sahen die Templer ihre Aufgabe darin, die Pilger vor Angriffen der Sarazenen und Wegelagerern zu schützen. Seltsam war jedoch, dass sie bei ihrer Gründung gelobten, neun Jahre lang keine neuen Mitglieder aufzunehmen. Sie bezogen in Jerusalem Quartier, im Palast König Balduins, der auf den Ruinen des Tempels Salomons stand. Doch beteiligten sie sich zu dieser Zeit an keinen Kämpfen. Stattdessen unternahmen sie archäologische Grabungen in der Umgebung und im Bereich des Salomonischen Tempels. Was sie dort suchten und vielleicht auch fanden, ist bis heute rätselhaft. Die Spekulationen reichen von der Bundeslade über den Heiligen Gral bis hin zu Schriften aus der Zeit Christi, die dem Glauben einen völlig neuen Inhalt geben könnten. Oder war es der Schatz König Salomons? Was immer sie auch in Jerusalem entdeckt haben mögen, an keinem Ort der Welt kommt man den Gründungsgeheimnissen der drei Offenbarungsreligionen so nahe. Christentum, Judentum und Islam haben hier ihren Ursprung. Als 1894 britische Offiziere eine Karte der unterirdischen Gänge und Gewölbe dieses Bereichs anlegten, stießen sie überall auf die Spuren der Templer. Der Orden war seit seiner Gründung immer von Geheimnissen umwoben. Niemand konnte sagen, woher ihr Vermögen kam. Ihr Reichtum wuchs plötzlich immens und ihr Einfluss auf die Politik nahm zu. 1139 verlieh ihnen der Papst das Recht, eigene Kirchen zu bauen und eigene Steuern zu erheben. Keine andere weltliche Macht durfte sich in ihre Handlungen einmischen. Sie wurden zu den eigentlichen Herren Jerusalems und zu einer Handelsmacht im gesamten Mittelmeerraum. Der erste Kreuzzug hatte bewiesen, dass es möglich war, Besitz und Macht zu erwerben. Die Eroberung des Heiligen Landes hatte dem Handel neue Dimensionen eröffnet. Als im Jahre 1144 die Stadt Edessa in Mesopotamien von den Sarazenen wieder zurückerobert wurde, sah der Papst die heiligen Städten Palästinas aufs Neue bedroht und rüstete zum zweiten Kreuzzug. Die Städte Genua, Pisa und Venedig warteten bereits darauf, sich zu engagieren, schien es doch wieder eine äußerst profitable Unternehmung zu werden. Das Volk war zu Anfang nicht sehr begeistert. Am Rhein predigte der Mönch Radulf für den Kreuzzug, aber er hatte nur erreicht, dass sich in mehreren Städten das Volk gegen die Juden erhob, denen man Geldwucher vorwarf. Doch jetzt bestieg ein anderer Streiter Gottes auf Geheiß des Papstes die Kanzeln. Bernhard von Clairvaux hatte die Zelle seines Klosters verlassen, zog wie eine lodernde Fackel über die Lande und entzündete in den Herzen der Gläubigen die Opferfreude. Erst wirkte er in Frankreich, wo König Ludwig VII. mit zahlreichen Rittern die Fahrt ins Heilige Land gelobte. Dann begab er sich über Flandern nach Deutschland. Allein seine Erscheinung, die hagere, von frommen Übungen ausgezehrte Gestalt und das von einer heiligen Glut überstrahlte Antlitz genügten, um überall, wo er predigte, einen wahren Taumel der Hingebung zu erwecken. Man glaubte, Wunder zu erleben und folgte besinnungslos seinem Ruf. Auch der deutsche Herrscher Konrad III. nahm das Kreuz und machte sich mit einem Heer von All waren dem Ruf des Papstes und des heiligen Bernhard gefolgt, sogar die Herrscher der beiden mächtigsten Reiche Europas Ludwig VII. von Frankreich und Konrad III. von Deutschland. Ein gewaltiges Heer verließ Europa. Doch der Kreuzzug wurde zu einem furchtbaren Fehlschlag mit riesigen Verlusten. Allein der König von Frankreich konnte sich über sein Unglück trösten. Es war einige Splitter vom Kreuz, einige Nägel, den Schwamm, den Purpurrock Jesu und die Dornenkrone für eine ungeheure Summe zu kaufen. Als diese Heiligtümer ankamen, ging er mit seinem ganzen Hofe denselben Barfuß bis Vincennes entgegen. Es schien Es schien, als wäre endlich ganz Europa in religiösem Rausch dem Glanz der römischen Kirche erlegen und Männer wie Bernhard von Clairvaux hatten daran vielleicht den größten Anteil. Bernhard stammte aus einer altadeligen burgundischen Familie. Er war ein Schwärmer, dem es wahrer Ernst war, die verdorbenen Geistlichen und die Menschen überhaupt zu bessern. Er quälte seinen Körper auf grauenhafte Weise, indem er mit seinen Mönchen oft nur von Buchenblättern und dem elendsten Gerstenbrote lebte. Genoss er einmal zur Stärkung seines geschwächten Magens etwas Mehlbrei mit Öl und Honig, dann weinte er bitterlich über diese Schwachheit. Seine Frömmigkeit und sein scharfer Verstand erwarben ihm bald einen bedeutenden Ruf. Als er einst in Mailand einzog, waren von den Küssen, mit denen ihn die zudringlichen Gläubigen überdeckten. Er hätte Erzbischof, ja Papst werden können. Er schlug alle Würden aus. Aber als einfacher Bruder Bernhard von Clairvaux übte er den bedeutendsten Einfluss aus. Er schlichtete Streitigkeiten zwischen Päpsten und Königen, zwischen Fürsten und ihren trotzigen Vasallen. Und der wildeste Kriegsmann zitterte vor dem gewaltigen Mönch. Weder Kaiser noch Papst wagten es, in Bernhardts Kloster einzureiten. Sie gingen demütig zu Fuß. Aus Überzeugung und religiösem Eifer unterstützte er den zweiten Kreuzzug, diese großartige Narrheit, wie sie manche Historiker nennt. Selbst über die hartnäckigsten Widersacher siegte seine Beretsamkeit. Der deutsche Herrscher Konrad der Dritte war zuerst völlig abgeneigt, den Kreuzzug mitzumachen. Aber als er in Speyer die Predigt Bernhards gehört hatte, legte er seinen Königsmantel ab und trug den Heiligen auf seinen Schultern durch das Gedränge. Bernhards verführerische Zunge entvölkerte die Städte von Männern, sodass in manchen kaum einer für sieben Weiber zurückblieb. Denn alles, was die Wand bepisst, nahm das Kreuz, klagte ein Zurückgebliebener. Zwischen Bernhard von Clairvaux und dem Orden der Tempelritter muss es manche Querverbindungen gegeben haben. Nicht nur, dass er bei der Ausarbeitung der Ordensregeln behilflich war, sondern er war es auch, der 1128 die kirchliche Anerkennung des Ordens beim Papst erwirkte. Doch dann scheinen sich die Wege getrennt zu haben. Bernhard blieb seiner Überzeugung treu, Askese und Armut, und wurde ein Heiliger. Der Orden der Templer wurde überraschend schnell reich, ja, man sprach bald vom sagenhaften Templerschatz. Ein Nimbus geheimen Wissens und geheimer Macht umgab die Tempelritter. Überragende Kenntnisse in der Architektur wurden ihnen nachgesagt, und die gewaltigen gotischen Kathedralen, die in jenem Jahrhundert entstanden, sind in erster Linie auf ihre Kenntnisse zurückzuführen. Dieses Wissen entsprang zweifellos der arabischen Kultur. Der Bau der Kathedrale von Chartres nahm von der Planung bis zur Fertigstellung nur 26 Jahre in Anspruch. Innerhalb dieser Zeit schufen Zimmerleute, Glaser, Bildhauer, Geodäten und Astronomen ein derart unfassbares Meisterwerk, das jeder Besucher, der die Kirche betritt, unweigerlich ihrer Faszination erlegt. Die Proportionen sind so perfekt, dass der ganze Bau schwerelos zu sein scheint. Wo man hinblickt, entdeckt man bedeutungsvolle Tafeln und Glasbilder, die sich jeder Entschlüsselung entziehen. Welche Geheimnisse könnten die Baumeister hier verborgen haben? Chartres ist nur eine von 80 riesigen gotischen Monumentalbauten, die in dem Jahrhundert in Frankreich entstanden, das auf die Rückkehr der Tempelritter aus dem Heiligen Land folgte. Das Ende des Ordens ist ebenso geheimnisvoll wie sein Anfang. Allmählich wurde klar, dass die Templer auch in Glaubensfragen ihre eigenen Wege gingen. Das konnte Papst Clemens V. nicht dulden. Er tat sich mit dem französischen König Ludwig dem Vierten zusammen, denn der schuldete dem Orden der Templer sehr viel Geld. Im Morgengrauen des 13. Oktober 1307 begann die erbarmungslose Jagd auf alle Mitglieder des Ordens. Ziel war, alle Tempelritter in Frankreich zu verhaften und ihre Besitztümer zu beschlagnahmen. Die Anzahl der Templer in ganz Frankreich schätzte man auf etwa 15.000 Mann. Viele konnten fliehen, nach Spanien, Portugal und Schottland. Doch die meisten wurden gefasst und eingekerkert. Wer nicht schon in der Folterkammer starb, der brannte auf dem Scheiterhaufen. Der sagenhafte Templerschatz jedoch blieb verschwunden. Doch es sollte nicht lange dauern, da ging von Schottland eine neue Bewegung in die Welt, die der Freimaurer. Bis heute sagt man ihnen nach, insgeheim an den Fäden des Weltgeschehens zu ziehen. Sind sie die Erben der Tempelritter? Zur Zeit der Kreuzzüge war das Papsttum auf dem Gipfel seiner Macht. Auf Geheiß des Heiligen Vaters zog ganz Europa in den Krieg. Erwarmungslos erschlugen die christlichen Streiter den Feind oder wurden selbst hingeschlachtet oder starben auf dem Weg ins Heilige Land an Hunger, Krankheit und Erschöpfung. Dass die Männer auf dem Stuhl Petri den Machtrausch erlagen, ist menschlich. Doch mit Religion oder gar mit Gott hatte die sittliche Dekadenz der katholischen Geistlichkeit nichts mehr zu tun. Enttäuschung machte sich daher bei den Gläubigen breit und das Ideal christlicher Lebensführung wie es der heilige Bernhard verkörperte gewann an Bedeutung. Bernhard blieb zwar sein Leben lang dem Papsttum treu ergeben, versäumte es aber nicht immer wieder den weltlichen Machthunger und das zügellose Treiben der kirchlichen Herrscher zu kritisieren. Die nahmen ihm das keineswegs übel und sprachen ihn schon 1173 heilig. Die Hinwendung zum asketischen Ideal nahm neue Formen an. 1182 wurde der heilige Franz von Assisi als Johannes Bernardone geboren. Die Idee der Bettelorden ist sein Verdienst. Der Sohn eines reichen Kaufmanns aus Assisi in Umbrien wollte nicht in die Fußstapfen seines Vaters treten, also wurde er Soldat. Er geriet in Gefangenschaft und erkrankte dort schwer. Nach seiner Genesung trieb er sich unter Bettlern und Aussätzigen herum, küßte ihre Geschwüre, kleidete sich in Lumpen und bestahl seinen Vater, um das Gestohlene zum Ausbau einer verfallenen Kirche zu verwenden. Der Bischof von Assisi nahm ihn in Schutz und bald zog er im Lande umher, bettelnd für den Bau Bettelorden zu gründen. Papst Innozenz III. durch einen Traum dazu veranlasst, bestätigte die von Franz aufgesetzte Mönchsregel, die er anfangs noch eine Regel für Schweine, aber nicht für Menschen genannt hatte. Der nächste Papst, Honorius III. war auch nicht sonderlich begeistert. Ihr seid ein Einfallspinsel, meinte er, aber er ließ den Einfallspinsel gewähren. Anfangs wurde Franz verspottet und verhöhnt, aber nach drei bis vier Jahren stieg der Ruf seiner Heiligkeit so sehr, dass ihm, wenn er sich einer Stadt näherte, Geistlichkeit und Volk feierlich entgegenzogen und alle Glocken geläutet wurden. Wenn er in Assisi umherging und bettelte, so steckte er alles Essbare, das er erhielt, in einen Topf, und wenn ihn hungerte, so langte er zu und aß von dem ekelhaften Gemisch. Einst wurde Franz von einem Kardinal zu Tische geladen, er ließ jedoch alle Gerichte unberührt und aß zum allgemeinen Ekel der erlauchten Gäste den Fraß, den er gesammelt hatte. Die Almosen sind unser Erbe, Almosen unsere Gerechtigkeit, das Betteln unser Zweck und unsere Königswürde, die Schmach und Verachtung unsere Ehre und unser Ruhm am Tage des Gerichts. Das war sein Leitspruch und er ging selbst mit gutem Beispiel voran. Je mehr ihn die Gassenjungen verhöhnten, desto lieber war es ihm. Ganz vergnügt war er, wenn sie ihn gar mit Schmutz bewarfen. Aus lauter Demut ließ er sich mit Füßen treten. Die Tiere liebte er sehr und nannte sie seine Brüder und Schwestern. Geoft predigte er den Gänsen, Enten und Hühnern und als ihn einst die Schwalben und Sperrlinge durch ihr Gezwitscher Störten bat er die lieben Schwestern um Ruhe. Einen Bauer, der zwei Lämmer zu Magde trug, fragte er, Weshalb quälst du meine Brüder so? Eine Laus, die sich auf seine Kutte verirrt hatte, nahm er sorgfältig zwischen die Finger, küßte sie und sagte, Liebe Schwester Laus, lobe mit mir den Herrn. Dann setzte er sie auf seinen Kopf, woher sie gekommen war. Seinen Körper nannte er Bruder Esel und wenn diesen Esel der Hafer stach, dann plagte er ihn wacker, er wälzte sich nackt auf Dornen, stieg bis an den Hals in gefrorene Teiche oder legte sich in den Schnee, bis jede wollüstige eselhafte Regung verschwunden war. Sein Orden wuchs außerordentlich schnell. Schon im Jahre 1216, als er ein Generalkapitel desselben nach Assisi ausschrieb, kamen hier 5000 Franziskaner zusammen. Im Laufe der Zeit wurden die Franziskaner Klöster so wohlhabend wie keine anderen. Reichtum durch Armut. Eine verblüffende Konstellation. Im Süden Frankreichs hatte sich seit dem ersten Kreuzzug als Reaktion auf die sittliche Dekadenz der katholischen Geistlichen eine neue Glaubensgemeinschaft gebildet, die der römischen Kirche aus dem Ruder lief, die Katara. Katara kommt vom griechischen Katharos und bedeutet rein. Die Katholiken verwendeten den Ausdruck mit abfälligem Unterton, hochmütige, die sich rein nennen. Die Katara selbst nannten sich Gläubige, Christen, die Priester sogar gute Christen. Die Bezeichnung vollkommener oder perfektus für einen katharischen Priester wurde nur von den Inquisitoren der römischen Kirche verwendet, natürlich ironisch. Die Katara strebten danach, den in ihrem Körper eingefangenen göttlichen Funken zu befreien. Da sie die Bibel auf ihre eigene Art und Weise auslegten, standen sie in völligem Widerspruch zur römischen Kirche. Ja, sie bestritten sogar die Göttlichkeit Christi. Er war für sie nur ein Mensch, allerdings ein vorbildlicher Mensch. Das Heilige Sakrament der Taufe war für sie ohne Bedeutung und sie waren Pazifisten, Kriegsgegner. Das hatte es in der römischen Kirche schon seit 1000 Jahren nicht mehr gegeben. Das konnte der Papst unmöglich dulden, zu einer Zeit, in der auf sein Geheiß ganz Europa zu den Waffen griff. Bernhard von Clairvaux hatte schon versucht, die Katara oder Albigenser, wie sie auch genannt wurden, zum wahren Glauben zu bekehren. Angesichts seiner geringen Erfolge wurde dann auf dem Dritten Laterankonzil im Jahr 1179 beschlossen, entschiedener gegen diese Heresie vorzugehen. Drei päpstliche Abgesandte trafen im südfranzösischen Okzitanien ein. Hier blühte der Minnesang, was die Heiligen Patres wohl verwirrt haben mag. Von den Troubadouren wurde das »Hohe Lied der Frau« gesungen, wo doch die Weiber Gefäße des Teufels waren, Quellen der Sünde, Lusthäuser des alten Feindes. Aus dem Wort Katara wurde jetzt der Begriff »Ketzer«. Der päpstliche Legat Pierre de Castenot wurde ermordet. Bis heute weiß man nicht, ob er von den Kataran oder von heimlichen Mördern des Papstes beseitigt wurde. Jedenfalls war das der Anlass, jetzt mit Waffengewalt gegen die Im März 1208 rief Papst Innozenz III. zum Kreuzzug gegen die Albigenser auf. Ritter aus ganz Frankreich, aus Flandern und Burgund, aus Bayern, Österreich und Friesland folgten dem Aufruf. Der Heilige Krieg sollte mehr als 20 Jahre dauern und man schätzt die Zahl der Opfer auf eine Million. Dominikus Guzman, einer der drei päpstlichen Legaten, erkannte, dass der römischen Kirche ein geeignetes Instrument fehlte, um den Unglauben in den eigenen Reihen rechtzeitig und erfolgreich bekämpfen zu können. Und so gründete er den Orden der Dominikaner. Der Orden befasste sich mit Predigen und Unterrichten im wahren Glauben, mit der Zensur gefährlicher Bücher und mit der Verfolgung der Irrgläubigen, der Ketzer. In päpstlichem Auftrag trat jetzt die Heilige Inquisition auf den Plan und Dominikus selbst war der Erste, der förmliche Ketzerjagden anstellte. Die peinliche Befragung, auch Folter genannt, war das Instrument der Wahrheitsfindung, der Scheiterhaufen das Urteil. Dominikus wollte seinen Orden mit dem des Heiligen Franz vereinigen, aber dieser hatte keine Lust dazu. Beide Orden standen sich indessen anfangs bei, aber bald gerieten sie in bitterste Feindschaft. Zum einen wollten die gebildeten Dominikaner stets etwas besseres sein als die Franziskaner, von denen durchaus keine Gelehrsamkeit gefordert wurde. Zum anderen war auch der Dominikaner Orden ein Bettelorden, wie der der Franziskaner, und so kam Neid ins Spiel. 1221 starb Dominikus Guzman. Bereits 13 Jahre später wurde er heilig gesprochen, denn seine Verdienste für die römische Kirche waren enorm. Mit der Heiligen Inquisition war das Werkzeug geschaffen, um dem Irrglauben buchstäblich kräftig einzuhalten. Zeit der Kreuzzüge und der heiligen Kriege gegen Ketzer auch Menschen, die das Wort heilig weit eher verdienten. Oft waren es die Frauen, die in dem erstarrten Patriarchat und dem Größenwahn des Papsttums leise Töne anschlugen und meist zurückgezogen in ein Kloster sich mystischer Betrachtung hingaben. Mitunter leuchtet ihr milder Glorien Schein bis in unsere Zeit darüber. Die Nonne des Benediktinerordens Hildegard von Bingen wäre hier zu nennen. Ihr Wissen über Heilkräuter und Medizin erfreut sich gerade in unseren Tagen wie der rege Aufmerksamkeit. Unter dem Begriff Hildegard Medizin kann man in mancher Apotheke auf ihre Rezepturen zurückgreifen, wenn die Schulmedizin mit ihrem Latein am Ende ist. Wer im Herzen Schmerzen leidet, sodass seines Herzens Stärke keine Fortschritt